Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Keep Talking and Nobody Explodes und wie jedes Mal machen wir das natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Wir haben wieder ein neues Modul. Falls es jetzt drankommt, mal sehen ob ich wieder sterbe wie bisher jedes Mal jeder beim ersten Versuch. Achso, ja stimmt. Okay, let's go. Wir sind zuversichtlich, dass es so wird. Ich nicht. Pros. Ne, noch nicht ganz. Der hat sechs Spiele gespielt. Okay, ich habe ein Passwort, das heißt, ich gebe das jetzt durch. Okay, der erste Buchstabe habe ich die Option, ich gebe euch das in Buchstaben links durch. Kilo. Hä? Kilo? Kilo. Also K. Ja. Quebec. Was? Q. Das ist auch doch Q. Kilo, Quebec, Q. Hä? Also ich habe K. Ich habe K. Ich habe Q. Ich habe O. Ja. Ich habe R. Ja. Ich habe N. Ja. Ich habe T. Das sind die im Ersten. Müssen die alle da drin sein? Nein, das sind die, die der erste Buchstabe sein könnten. Ah, der erste Buchstabe. Der zweite kann H. Ja. U. U. Ja. Ja. O. Ja. G. Ja. K. Ja. F. Ja. Das sind die Optionen. Die, die beiden reichen eigentlich schon. Damit kannst du, solltest du es rausfinden können. Willst du es machen oder soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung. Was ist das nächste? Versuch erstmal. Kabel. Sagt Bescheid. Ja, okay. Wie viele Kabel hast du? Vier. Hast du ein rotes Kabel? Ja. Wie viele? Eins. Welche Farbe hat das letzte Kabel? Schwarz. Wie viele blaue Kabel hast du? Null. Hast du ein gelbes Kabel? Eins, ja. Zweite Kabel. Korrekt. Knopf. Der Button, der bunte? Genau. Okay. Wie viele Farbe, was steht drauf? Blau und Detonate. Wie viele Batteries hast du? Ich habe eine Batterie. Und Detonate, ne? Genau. Ganz kurz halten und wieder loslassen. Das war falsch. Hä? Okay, dann muss ich den festhalten. Ah, scheiße. Nein, stopp. War falsch. War mein Fehler. Ja, dann muss ich den festhalten. Äh, schreib los rot. Äh. Äh. Ah. Eine Eins. Eins, okay. Ja. Sorry. Ich habe es falsch gelegen. Kein Problem. Äh, Maze. Ja? Äh, meine Kreise sind A1 und A4. Ja, okay. Wo sind deine Dubs? Äh, ich bin F3. Ja. Und ich muss zu B6. Oh Gott. Okay, eins nach oben. Ja. Drei nach rechts. Ich bin ganz rechts. Äh, links. Ja. Ähm, du bist jetzt bei Spalte 3, ne? Genau. C2 sind ich. Eins nach unten. Ja. Eins nach links. Ja. Zwei nach oben. Ja. Eins nach links. Ja. Ja. Ganz nach unten. Ja. Eins nach rechts. Ja. Wir haben ein zweites Maze. Ja. Äh, Kreise sind B1 und B6. Ja. Wo sind deine Punkte? Ich bin C1 und ich muss nach D4. Muss man durch diese grünen Punkte durch? Nein. Okay, dann gehst du eins nach rechts. Ja. Eins nach unten. Ja. Eins nach rechts. Ja. Eins nach oben. Ja. Eins nach rechts. Ja. Zwei nach unten. Ja. Eins nach links. Ja. Eins nach unten. Ja. Eins nach links. Ja. Eins nach unten. Ja. Eins nach links. Ja. Ja. Du, da bin ich raus, ne? Aktuell. Ich helfe dir. Warte. K, Q, O, R, A, T, ne? Oh, wie viel Zeit haben wir noch? 30 Sekunden. Scheiße. Das sind zu viele wegen dem Tee. Mama mia. Das kann alles sein. Das kann alles sein. Nein. Das Problem ist das Tee, Alter. Okay, nicht schlimm. Ja. Ja, okay, dann, ich weiß, ich weiß, wie viele davon Tee und dann zweites als Haar ist. Ja, okay, dann ist es vielleicht sinnvoller, wenn wir nächstes Mal den ersten und den letzten Buchstaben machen. Vielleicht. Ach, kannst du dir das aussuchen? Ja, ich sehe ja alle fünf Dinger. Ah. Nur alle fünf Dinger, alle Buchstaben durchzugeben, wir sind frei. Ja, okay. Also, wenn wir das, äh. Ach man, schade. Dann, 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 dann machen wir das so, ich, äh, ich gebe euch den ersten, den ersten Buchstaben und den letzten. Und selbst, wenn es dann noch zwei gibt oder so, ist ja, ist ja egal. Willst du das nochmal, oder soll ich das wirklich machen? Nee, ich mach das. Okay. Wenn wir jetzt überhaupt. Aber da bleiben wir bei der Devise beim ersten Mal stürpen. Ja. Wenn wir jetzt überhaupt eins haben. Kann ja auch sein, dass wir jetzt gar kein Passwort haben. Ach ja, stimmt. Stimmt. Ja, das probere ich. Ja, wenn wir es überhaupt haben. Ja. Äh, wir haben, ich glaube, wir haben keins, soweit ich das sehe. Ja, wir haben keins. Sehr gut. Okay, äh, wir fangen an mit Silent Sans. Ich habe keinen Vokal. Grün leuchtet. Ähm, grün. Ja. Äh, grün. Dann grün. Ja. Gelb. Rot. Rot. Also grün, rot. Blau. Also grün, rot, gelb. Also grün, rot, gelb. Äh, keypad. Da. Ja. Was hast du? Äh, ich habe so einen halben Hashtag. Ja. Ein falsch rundes N mit einem Kringel. Ja. Ja. Ein rundes E mit Punkten. Ja. Und eine 6, die oben so platt ist. Also zuerst die 6. Ja. Dann dieses, äh, E. Ja. Dann Hashtag. Und dann N. Dann N. Äh, ich habe noch ein zweites. Boah. Ich habe ein falschrummes C mit Punkt. Moment. Ja. Ich habe ein Y gedreht. Ja. Ich habe so eine Schreibschrift H. Ja. Und dieses Dreieck mit den Strahlen unten. Also zuerst das Y. Ja. Dann... Dein Dreieck. Das Dreieck. Ja. Dann das H. Das H und das C. Okay, sehr gut. Ähm, Memory. Boah. Scheibenkleist. Okay. Da müsst ihr mitschreiben, was draufsteht und welche Positionen für jede Stufe. Was steht drauf? Halt die Klappe! Was steht denn drauf? Drei. Ja. Okay. In der dritten Position. Was steht da? Das ist eine Vier. Okay. Jetzt habe ich eine Drei. Ja. Press the button in the first position. Das ist eine Eins. Ja. Okay. Press the button with the... Was hast du? Eine Zwei. Das heißt, wenn er... Oh, vier. Positionen oder...? Äh, nee. Nee. Press the button with the same label. You press in Station. Drei. 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 Okay. Das ist die zweite Position. Scheiße. Das war falsch. Okay. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Oh nein. Wenn du einen Fehler machen fängt es wieder von vorne an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Du hast im Display eine Drei. Ich habe jetzt eine Vier. Jetzt hast du eine Vier. Press the button. Die schreibe ich schon auf, ne? Und dann musst du in der vierten Position drücken. Okay. Vierte Position. Das ist eine Drei. So. Und dann hier kommt jetzt eine neue Zahl im Display. Das ist die Drei. Die Drei. Äh, dann in First Position. Okay. Da steht eine Eins drauf. Okay. Display ist... Vier. Vier. Äh... Vier. Äh... Vier. 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 Das ist die erste Position. Ist rechts oder... Erste Position. Display ist zwei. Äh... In First Position. Erste Position. Da steht eine Zwei drauf. Display ist... Drei. Press the button. Das ist ein Label. In Stage vier. Zwei. Ne. Warte. Doch. Ne. Zwei. Label zwei. Ja. Das war richtig. Oh. Okay. Wir haben noch ein Maze. Hier. Ach Gott. Schön. Ja. Meine Kreise sind C2 und A5. C2. Und A5. Das hier. Ja. Wo sind deine... Ich bin B1. Ja. Und das Dreieck ist ganz oben rechts. Also F1. Okay. Dann musst du einfach ganz nach rechts gehen. Ja. Easy. Juhu. Wir bleiben bei unserer Serie. Erste. Ein Totes. Ein Totes. Ein zweites Mal schaffen. Ja. Sehr gut. Nice. Also. Wir konnten die Serie weiter beibehalten. Mal sehen, ob wir das auch in der nächsten Folge schaffen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und bis dahin gut fahrt. Und allzeit bereit. Das war's. Und б Wir konnten das wiederholen. Was hat mir 시체. happening. Bad sAbend für dich. Du bist Awe doesn' nie Bis dahin gut.